Welcome up Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT hilft GGMBH. Wie in Deutschland mit Homosexualität umgegangen wird. In Deutschland darf jeder seine sexuellen Vorlieben ausleben, soweit dadurch niemand belästigt wird. Homosexualität, also Menschen, die einen Menschen des gleichen Geschlechtes lieben. Ist akzeptiert und wird als normal angesehen. Per Gesetz darf niemand wegen seiner persönlichen Vorlieben benachteiligt werden. Homosexuelle Paare können sich als Partnerschaft registrieren lassen. Homosexuelle Paare können auch offiziell heiraten. Dies ist sogar kirchlich möglich. Schwule und Lesben protestierten lange bei vielen Demonstrationen und Veranstaltungen für Akzeptanz und Gleichberechtigung. Jedes Jahr gibt es immer noch viele Demonstrationen und Veranstaltungen, um auf die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Homosexuellen aufmerksam zu machen. Der Regenbogen gilt weltweit als Zeichen für Vielfalt und Gleichberechtigung. Man findet ihn daher an vielen Orten für Homosexuelle. Homosexuelle Bis zum nächsten Mal.